Wie kannst du das da rauslaufen? Da ist sie! Oh ja! Oh! Ja! Ganz vorsichtig kommt sie! Ups! Da ist sie! Und noch eins! Jetzt schnuppern sie! Was ist denn da draußen los, denken sie? Was ist denn da? Sowas, das haben wir ja noch gar nicht gesehen! Sieht putzig aus, he? Komm doch mal raus! Sei doch nicht so ängstlich! Ja! Ja, der war clever! Das werden die anderen denken, wo es der ist, können wir auch hin! Ja! Jetzt kommt er raus! Er traut sich noch nicht! Geh mal hin zu deinen Geschwistern und sag denen mal, hier draußen ist es so schön! Na! Jetzt! Guck! Jetzt! Achtung! Jetzt! 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 Na! Wupp! Ihr müsst euch vielleicht mal so runter bücken, dass ihr nicht so froh seid! Ja! Ja! Dann kann es sein! Da haben sie dann nicht so viel an! Siehst du? Und schon ist er! Ja! 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 Bleib mal stehen! Das ist normal! Bleib mal stehen, Tom! Huh! Er hat ja ein Füsschen gelebt! Dann losst du mal die Mutter kommen! Das macht nichts! Sie macht nichts, die Mutter! Guck mal! Ja! Guck mal! Guck! Musst du aufpassen! Es kann sein, dass er ein bisschen kratzt! Huh! Ich wünsche dir einen Schwerenhase.